Wie weit ist das Schild? Der Schild ist bei ungefähr... Keine Ahnung wie viel. Okay, da fliegt noch ein Raumschiff rum. Hier fliegt dann eine Ameise rum. Ich meine nicht im Zimmer, sondern ich meinte jetzt das Raumschiff, das zu mir geflogen kam. Welcher habe ich jetzt angegriffen? Ich glaube die hier. Kann sein, die sind auf jeden Fall nicht mehr so happy. Ja, das waren die. Das waren die. So. Jetzt kann ich die abhängen. Ne, Moment, jetzt habe ich ein Schild. So, das war's. Das ist der letzte Anlauf. Ähm, kann ich nochmal schnell das zerstören. Hier geht es alles noch schneller. Und, eingenommen. Na, eingenommen kann man nicht sagen. Hallo. Danke. So, jetzt sollte ich mal vielleicht abhauen. Mein Schild hält nicht mehr allzu lange. Ah, der Planet ist ja sowieso bald eingenommen. Ah, ist es der hier? Ja. So. Und das ist dann die letzte Stadt. Und alles eingenommen. Dankeschön. Hier noch ein bisschen Gewürz. Ähm, hier. Die Fabrik hier. Okay, das war kaputt. Moment, das ist ein Haus anscheinend. Sieht aus wie irgendwas dämlich ist. Moment, dann weißt du lieber so. Unterhaltung hier hin. Okay, jetzt habe ich zu viel Unterhaltung. Ah, dann mache ich nochmal hier. Mit Fabriken. Ja, das soll ungefähr hinhauen. Ich will nicht die gesamte Gegend hier irgendwie verunschlägen. Aber ich will nochmal die unzufriedenen Häuser hier. Ich will nicht, dass hier alles unzufrieden ist. So, die sind auch glücklich. Mit nur zwei Gebäuden. Ja, die können eben nicht. So richtig Strategie. Das ist überall das Plan. Lieber mir. Unterhaltung tue ich jetzt auch hier hin. Und die sind auch hüpplich. Glücklich. Hüpplich, genau. Habe ich jetzt hier noch ein Haus enttäuschen? Die sind überglücklich. Nein, sind sie nicht. Dann tue ich hier noch Unterhaltung hin. Dann sind sie überglücklich. Weil die Fabrik hat auch nicht viel gebracht. Happy, 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 happy. Happy, happy. Ups, nicht so happy. Diese Stadt mag wohl überhaupt nicht. Na gut. Das können wir auch machen. Und jetzt ist es wenigstens ausgeglichen. Das sollte doch mal reichen. Damit wäre auch diese Spezies hier ausgerottet. Moment, ich will wenigstens noch diese Plakette herhäte kriegen, aber für Legende, aber ich muss hier jetzt ziemlich viel handeln, entweder oder eine Million 500.000. Da zieht man nicht so schnell mal her. Ja gut, wenn ich jetzt wirklich alles Gewürz der Welt sammle hier, das ich irgendwo produziere, dann okay, mache ich einfach. So, hier noch Gewürz sammeln. Kann ich sogar hier verkaufen? Das wäre genial. Sei gegrüßt. Ähm, das nehmt ihr ganz gut. Bubble Love G. Das geht noch besser. 11.000. Nee, danke du. Du hier. Oh, rotes Gewürz. Total zwecklos. Da kann ich auch gleich dir für 30.000 dieses geniale roter Gewürz anbieten. Ähm, Taufmann. Und nicht mal eine Million. Das ist normal. Schaffen wir doch locker. Zumal das blaue Gewürze kaufen. Äh, kaufen sag ich schon. Sich nehmen. So. Und hier verkaufen. Die haben in der gesamten Zeit ein. Okay, die wollen das nicht mehr. Hallo. Reparieren und aufladen. Und das war es dann schon wieder. So, alle Wege führen zu uns. Dann das blaue Gewürz irgendwo hier verkaufen. Oh, ich terraforme mich doch mal irgendwann. So richtig. Ah, und jetzt? Was brauche ich noch? Irgendwas zum Handeln. Hm, 700.000 an nicht mal 650.000. Kann ich mir leisten? Ich kann mir sowas kaufen dadurch. Was gibt's denn sowas, was ich mir unnötigst kaufen kann? Ähm, Reparatursets. Nee, bringt nichts. So reicht. Was? Moment. Hä? Händler? Das nimmt er nicht. Nimmt also nur verkaufen oder was? Verkauftes? Okay, aber gekauftes? Nein, oder was? Kann auch sein. Dann macht es eben so. Sowas gibt ihr mir eigentlich für... Oh, nicht ganz schlecht. Jetzt fehlt plötzlich jeder rotes Gewürz. Naja, wenn ihr schon mal wollt, dann können wir mal so richtig reinlegen. 28. Plus dann nochmal die hier. Ähm, hier. Aber ich gebe ich das auch noch. Dafür verkaufe ich das hier. Und denen gebe ich dann das rote Gewürz. Und damit sollte ich dann auch wirklich schon gut gehandelt haben. Und was ich mit den Antimateria-Raketen jetzt will, weiß ich auch nicht. Die zerstören mehrere Teile, also mehrere äh, wie soll ich sagen, mehrere Raumschiffe, die da sind. Also im Umfeld von ungefähr. Also wenn man auf das Große schießt, dann zerstört es auch alle klein. So kann man sagen. Moment, haben die schon wieder was produziert, während ich hier die ganze Zeit rumgefahren bin. Aber das waren gar nicht mehr die, die ich suchen wollte. Egal. Dann gehen wir mal hier hin, hier hin, hier hin. und reiben uns das Auge, weil ich bin heute ein bisschen müde für Leicht, merkt man das sogar, aber wenn ich müde bin, dann bin ich halt müde. So, jetzt hier rein. Was wollt ihr denn? Dank schön. Bitteschön. Okay, ihr wollt überhaupt nichts. Total lustlos. Dann nehmen wir hier hin und den wir unser rotes Gewürz verkaufen. Hoffentlich für mehr als 300.000. Grüße, hallo. Das nehmt ihr ganz gut immer. Kauf mal 5 Plakette. Tatachin, katachin, katachin, ich bin eine Legende, das ist doch mal toll. Titel Legende verdient. Was ist in die Beschreibung von einer Legende? Deine Erfahrungen und Erfolge in der Galaxie sind unerreicht. Alle außerirdischen Volker des Universums respektieren und fürchten dich. Du hast dir diesen Titel einer Legende also redlich verdient. Bis zum Allmächtigen ist es nur eine Frage der Zeit. Okay. Dann bin wir mal irgendwann allmächtig. Aber das könnte vielleicht noch ein bisschen dauern. Moment, hier würde ich das gar nicht verkaufen. Dann verkaufe ich noch schnell meine ganzen anderen Sachen. Hier die ganze Gewürze, obwohl immer wenn ich was verkaufen will, kriege ich kein Gewürz im Handel im Lager zu haben. Das sind wir schon lange genug gespielt, finde ich. Und eine Legende, das ist doch mal was tolles. Dann brauche ich nur noch drei Plaketten, glaube ich. Ja, drei Plaketten. Und habe immer noch keinen Wurmlochschüssel Lichtraddel. Ich meine, ich habe mich auch nicht sehr weit verbreitet. Ich habe gerade mal hier, diese Stelle habe ich alles eingenommen, wirklich. Alles, aber dolle ist das nicht, das ist ein kleines Reich eigentlich. Ich bin nicht mehr weit verbreitet. Normalerweise müsste ich jetzt schon mindestens drei Spiralarm verbreitet sein, aber nö, mache ich nicht. Egal, nochmal speichern. So, zum Jux. So, zum Hauptmenü. Nicht speichern habe ich schon. Nicht speichern habe ich schon. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war der Part. Wir sind der Gende geworden, haben wieder viel geschafft und ein paar erobert. Also würde ich einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, während ich hier die Galaxie drehe. Wiii. Ähm. Wii? Wiii. Wihi. Das sind die Entwickler. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.